Mit unseren Freunden lachen wir, komm und öffne die Tür. Das Alphabet, das lernen wir, Farben, Formen und noch mehr. Im Briefkasten, da findet sich ein Brief oder ein Lied. Wir lachen, haben Spaß den ganzen Tag und lernen viel. Komm, lass uns spielen! Hündchen, was lernen wir heute? Buchstaben! Ball beginnt mit B, Tisch beginnt mit T. Buchstaben lernen macht so viel Spaß! Tür beginnt mit T. Hündchen beginnt mit H. Ja! Das für ein Geräusch! Lass uns nachsehen! Ein Briefkasten bin ich, ich hab was für dich. In mir liegen Briefe, sie warten auf dich. Juhu! Sind da welche für mich drin? Schau mal, ein F. Frosch beginnt mit F. Ich hab Briefe für dich, ich hab Briefe für dich. Nimm sie doch mal heraus, dann passen wieder welche hinein. Oh, danke! Schau mal, ein A. Affe beginnt mit A. Hallo, kleiner Affe, was machst du da? Oh, ich wollte auch Briefe finden und Buchstaben lernen. Mit euch! Zu viele Briefe, schnell öffne mich. Zu viele Briefe, es sind zu viele für mich. Oh! Uuh! Uah! Schau mal, hier ist ein A. Und hier ist ein B. Hier ist ein C. Kommt, lasst uns alle zusammen singen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, OK. Sing mit mir das A, B, C, A bis Z lernst du. Jujuhé! Lass uns lachen jeden Tag. Und beim Spielen lernen wir. Jeden Tag lachen. Spielen lernen wir. Tschüss